Was geht da Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Mindfuck-Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback auf die letzten Folgen. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Ihr könnt weiterhin natürlich das Gewinnspiel von meinem Partner Instagaming abchecken, die Videos weiterhin bewerten und mir gerne auch auf meinen Social-Media-Seiten folgen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch. Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Bullshit. Was habt ihr mit mir gemacht? Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arash Kadivar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Wenn das Flugzeug Trapson verlässt, macht es halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Wolkow, in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solowetski. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Wir sind in der Hand. Ich glaube dir, ich werde dir helfen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Es war Parks Idee, dich zu MI6 zu machen. Sie wollte diese Bindung. Du klingst sogar ein bisschen wie sie. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Äh, was hatte die da vor mir, eine andere Identität zu verpassen? Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Was habe ich euch erzählt? Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommando-Phrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bill, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Ey, dieses schlechte Product-Placement mit dem Shirt von Adler, es ist so schlecht. Habt ihr es wirklich nötig? Wie Geldgeier-mäßig seid ihr, obwohl Sony mit Spider-Man hat es ja auch gemacht. Es ist ganz schlimm eigentlich geworden. Wir kaufen Spiele, um uns Werbung reinzuziehen. Nice, gute Sache. Erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovecki. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Aus sicherer Entfernung in Solovecki. Solovecki. Jetzt entscheidet sich, Gutes oder Böses sind dann wahrscheinlich, oder? Solovecki. Wir sagen die Wahrheit. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahlbär. Komm schon, du gehörst zu uns. Wahrscheinlich. Wir haben früher mit einem, äh, anscheinend Terroristen zusammengearbeitet. Wir waren selber einer anscheinend früher. Hätte er uns nicht weggeknallt, der Arash. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben, vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbünde verzehren alles, was uns nicht umteuert ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen unterschreiben, damit es diese Grenzen morgen nachgibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich, ich jage dieses Gespenst schon der 13 Jahre. Das Ende des Tages. Kommen rechts von euch. Velikov hat mit der sowjetischen Ausrüstung Mord gehalten. Wurde Zeit, dass er aufschließt wurde. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Landmark. Du kriegst eine Chance. Noch zwei Kilometer bis Solowetski. An alle Einheiten. EMP unterwegs. Starfish im Anflug. 400 Knoten. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal zwölf Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Alter, was geht ab? Alter, was geht ab? Wie die scheiß Granate einfach verpufft ist. Wie die scheiß Granate einfach verpufft ist. Hinter mir? Hinter mir? Geht mir Deco, verdammt. Oh, M60. Was haben wir als Zweidwaffe? Schroffel. Scheiße. Alter, schweiß. Oh, oh, oh. Nein. Ich wollte doch die Waffe nicht wechseln. Na, scheiß auf. Schau. Schau. Gute Arbeit, auf zur Türchen. Mähen Sie nieder. Bist. Kurz. Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus. Verstanden, Adler. Adler, hier ist Hudson. Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Kontakt. Kommt doch, kommt doch. Ich habe hier eine geile... Hat er Kontakt gerade gesagt? Pipi Kayo? Ich kenne nur Meister Kayo. Aber kein Pipi Kayo. Scheiße. Helft doch einfach mal mit, Alter. Wie wär's denn damit? So, easy going. Klappen kann gar nichts. Wir haben nur noch 5 Minuten, bevor ganz Europa atomisiert wird. Beeilung! Sie haben wieder Strom. Adler, siehst du das? Woods, uns läuft die Zeit davor. Ich muss Hudson den Schlafbefehl geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht! Schweres MG auf dem Kampf. Habe ich. Habe es gesehen. Bestätigt. Hol dein Team da raus, Adler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Nein, das ist besser verdammt. Bestätigt. Machen steht bevor. Ja, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Herr, mit der Minigun. Bestätigt. Eine Minute bis zum Machen. Die Bomber fahren immer noch hoch. Das ist unsere Chance. Machen schon. Ja, Junge. War es das schon? Mann. Schade. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr mit der Minigun ablenken. Wir müssen weg. Sofort. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Augenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werde verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm. Wutz, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Hilf mir mal. Nimm meine Hand, Bell. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus. Und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Gibt es was Neues über Kasim Dschabadi? Ja, seit seinem Tod und dem von Arashkadi war, ist ihr Terrornetzwerk zusammengebrochen, da die Überlebenden sich nicht einig waren. Weil sie keine klare Führung haben, haben sich die Russen offenbar von ihnen gelöst und wollen alle Spuren verwischen. Vor ungefähr 72 Stunden brannte das Hauptlager der Kämpfer nieder. Es ist nur noch Asche. Die wenigen, die überlebt haben, scheinen sich getrennt zu haben und sind untergetaucht. Was ist mit Anton Wolkow? Wolkow ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Ja. Wie lief die Aufräumaktion in Havana? Wir konnten Agent Azulais Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Dragon hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten ist noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nicht mehr. Wir haben diesen Hurensohn Eldridge ausgeschaltet, genau wie seine wichtigsten Leute hier in den Staaten. Perseus wird eine Weile brauchen, sich davon zu erholen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten Rutniks wichtigste Leute das Klo runterspülen. Vielleicht leistet Perseus ihnen bald Gesellschaft. Hudson, Sie sind der Shakespeare von Langley. Und Belle? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Belle, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Die Sau, ey. Boah, okay. Boah, wie viele Enten gibt es? Ich glaube, ich habe es sogar gelesen, es gibt sogar, glaube ich, drei Enten. Okay, Freunde. Also, ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss an der Stelle. Das heißt, wir haben dann in diesem Video das gute Ende. Ich werde jetzt nochmal genau gucken, wie man die beiden bösen Enten macht. Oder die schlechten Enten. Und das machen wir dann in dem nächsten Video, ja. Also, danke erstmal fürs Zusehen. Ey, ihr habt mitbekommen. Mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen. Aber das volle Fazit wird es dann beim nächsten Mal geben, ja. Also, seid dabei. Lasst gerne nochmal eine Bewertung da für das Ende, für das Erste. Wir machen alle. Soweit ich weiß, gibt es halt drei. Und, ja. Dann haben wir ein weiteres Spiel durchgezockt. War auf jeden Fall nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die ganze Unterstützung bis hierhin. Schaltet beim nächsten Mal auch nochmal ein. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.